Servus, grüß euch. Seit kurzem schwirrt eine Zahl im Netz herum oder zumindest ein Umrechnungsfaktor, der den Input-Lag in der Warzone oder im normalen Multiplayer im Warfare 3 repariert. Also ich habe es angetestet, funktioniert und deswegen will ich euch diese Zahl näher bringen. So, wie habe ich das eingestellt? Also ich habe eine TPI-Einstellung bei der Maus von 1200. Ihr könnt es vielleicht auch andere haben oder sonst irgendwas, aber pip egal. Ich weiß nicht, warum die Zahl funktioniert. Es funktioniert einfach. Probiert es einfach aus. Also meine Einstellung bei der Maus schaut so aus. Jetzt mal Maus-Tastattoo rein. Ich habe eine Maus-Empfindlichkeit von 2,3. Das ist nicht so viel, manche haben es eher höhere. Und dann habe ich den Multiplayer-Faktor auf 0,85 gestellt, was für mich ein bisschen besser anfühlt, weil wenn es mich die meisten spielen, ich bin auf einen Faktor 1 und wenn man da zu viel zum verliert, man hat ein bisschen FOI und das stört mich noch ein bisschen. Deswegen habe ich das eben so eingestellt. Die zweite Empfindlichkeit habe ich auch auf 0,85 und die Empfindlichkeit ist sofort, damit er gleich da ins Rumor eingeht. Der weitere Fokus ist nachher, weil es eben schon Fokus heißt, das ist nachher, wenn es Sniper und tut es, da habe ich das auch nachher auf 0,85 gestellt. Und der nächste sicherer Typ ist zum Beispiel, was ich umgestellt habe. Früher habe ich eben mit dem Monitor-Koeffizienter, mit dem umgewerkelt. Aber für mich besser füllt es sich an zum Beispiel, wenn ich auf Alternativ stelle, weil dann ist es nicht so platin, dann ist es mehr crisp und das funktioniert einfach viel schneller. Also das ist meine einzigen Einstellung, alles andere ist ausgeschalten. So, und jetzt gehen wir da mal zu dieser Nummer. Also, der Umrechnungsfaktor, was er umschwirrt, schaut so aus. Also da ist deine In-Game-Sensitivität, die habe ich gehabt, bei 2,3 mal diesen Koeffizienten. Das ist die 0,022 mal 1000. Ja, und wo gehen wir das ein, ne? So, am besten ist, man geht in File Explorer rein, dann unter Dokumente, dann auf Co-of-Duty, Players. Und dann muss man das eine File suchen, das heißt Option Code 4, CSD. Das eröffnet man mit einem Editor. Und dann scrollt man ganz unten, oder sonst, da kann man auch suchen, nach Ja. Und dann findet man, warte mal, das Ding jetzt, das sehe ich nicht, da ist es. Also, ich habe nämlich meine Zahl schon eingeben. Normalerweise steht da 140, da habe ich meine Zahl eingeben, also ich kann es euch auch vorrechnen, wie das ausschaut. Schaut nach eben so aus, das ist die 2,3 mal die 0,022 mal 1000. Dann kann man 50,6, die will ich eingeben, eben da, und dann rechnet er das irgendwann einmal um. Wichtig ist eigentlich nur, dass hinten auch ein 6-stelliges ist. Und das war es nachher eigentlich schon. Wenn es euch nicht gefällt, könnt ihr wieder die 140 mit der 6,0 da hineingeben. Dann seid ihr fertig. Ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Und wenn ja, lasst bitte ein Like da. Also, bis zum nächsten Mal. Ciao, lecker, ka-ka-le, euer Piet, Servus.